Musik Da bin ich ja sehr gespannt, was uns in der Puschelgraspampa erwartet. Öh. Ach nö. Was ist das denn? Toll, so hohes Gras. So schön. Bobby, da drin können wir dich leicht aus den Augen verlieren, also bleib in unserer Nähe und verlauf dich nicht in Ordnung. Ach, geil. Also noch ist er hinter uns. Aber wie soll ich denn jetzt hier einen Tod drin finden? Okay, wir gucken jetzt trotzdem in jede Ecke. Ah! Hallo? Ist doch ein Tod hier. Ach, ziehen. Warte mal. Oh, endlich die Rettung. Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte für dich als kleines Dankeschön. Uh, KP Max plus 5. Geil. Das hat sich ja mega gelohnt, dich hier zu finden. Äh, was machst du hier? Also, äh, bleibst du noch? Nicht, dass mich das stören würde, aber findest du nicht auch, dass man manchmal Zeit für sich braucht? Auch eine sehr nette, charmante Art zu sein. Also, gehen Sie bitte weiter. Ich möchte das jetzt nicht. Okay, was auch immer du da tust, ähm, mach es weiter. Hab viel Spaß. Läuft. Kann ich eigentlich hier runterspringen, oder ist das dann Selbstmord? Auf und zu hohem Gras. Das ist ja schon irgendwie geil, ne? Ich mag es auch grafisch unfassbar. Guck mal. So, ab in einen Kampf. Hä, wie soll ich denn euch ansortieren? Hä? Ist das ein Test? Und wenn ja, dann schnall ich ihn noch nicht. Also, man könnte ja zum Beispiel das so machen. Wiemann, die in einer Reihe ansortieren können? Really? Niemals, oder? Aber das finde ich ja geil, dass Bob, Bob, also er ist nicht explodiert, haben wir gesehen. Dass er dann auch noch einen Zug hat. Haha, geil. Gestorben beim Angriff. Das finde ich gut. Ja, pass auf. Wir, ähm... Nimm die Eisenstiefel. Bei den Shardgikes reichen die normalen Stiefel nicht, glaube ich. Und es werden immer mehr Tots. Ich freue mich schon ganz gegen Ende, wenn einfach das ganze Stadion voll mit Tots ist. Oh, es hat so was tiefen, entspanntes, beruhigendes. Geil. Okay, hier sieht es aus, als können wir hier auch noch runter. Ich laufe so ein bisschen das Gras hier ab, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Den nehmen wir logischerweise noch mit und er hätte gleich eins auf den Kopf bekommen. Schon wieder so eine Stranger-Anordnung. Aber, warte, warte, warte. In dem Fall, wir haben zwei Züge. In dem Fall, wenn man es nicht in die falsche Richtung drehen würde. Ja, gar nicht so schön. Und schon wieder, ey. Was ist denn los? Diese Frau ist einfach lost. Oh. Äh, ja. Es ist ein Stiefel und es bleibt ja nichts anderes übrig. Was? Warum bist du noch übrig? Ich wollte gerade sagen, geht fort mit dir. Aber guck mal, wir haben jetzt schon wieder gut Geld gemacht. Das finde ich sehr gut. Wir haben ja so viel ausgegeben gehabt. Ich habe nur den Eindruck, dass wir total viele Tots übersehen. Die hängen bestimmt hier... Hängen die wirklich so random im Gras? Was? Oh, zum Glück. Endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorener Schlüssel fühlt. Och, nö. Gut, dann lass uns das Feld nochmal ablaufen und auf das Geklingel achten. Äh. Okay, machen wir. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich finde es so geil, wie die Bombe einfach pennt. Da ist so tief in den Spann. Er ist einfach nur am Pennen. Erlebt meinen Traum. Einfach nur schlafen. Ein Leben lang. Äh. Au, doch, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und dann... Und wir müssen Eisentiefel nehmen, weil... Ne, müssen wir nicht. Wir können die Glitzerstiefel nehmen. Es ist keiner mit Stacheln dabei. Glitzerstiefel-Power. Ach so. Gut, dann suchen wir jetzt noch ein paar Tots. Hm. Muss man genau den Punkt erwischen, oder... Wir haben doch auch noch... Wir haben doch auch noch... Ähm... So, einmal das. Wir müssen auch bald wieder Schuhe kaufen, ne? Bei diesem Radar habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Bei Prinzip hier haben wir jetzt ja zwei Sachen. Und wir haben aber diese Klingel und dieses seltsame Radar auf dem Kopf. Wobei ich bei diesem Radar überhaupt keine Ahnung habe, wie es funktionieren soll. Meinst du, hier ist einer? Wenn ja wo. Und warum macht dieses Radar nix? Ich glaube, ich habe hier welche übersehen. Aber siehst du ja, mehr als... Mehr als sinnlos auf den Boden hauen kann ich ja auch nicht. Hier muss doch einer sein. Oder hier unten. Siehst du, wenn da sogar noch eine Münze war... Aber von unten kommen wir doch. Hier war keiner. Tja. Also wo der sein könnte? Gefunden! Oh, really? Was? Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, da jemals wieder rauszukommen. Danke, danke, danke. Äh, okay. Dann... Warte mal, wir hatten doch hier noch ein Klingeln. Das ist ja wirklich wie die Suche der Nadel im Heuhaufen. Oder muss ich genau an dem Punkt des Klingelns dann aufhören und stehen bleiben? Also da irgendwo muss ein Tod sein. Nur wo? Kann hier einer mal irgendwie das Gras wegmähen? Bewegt er sich, der Tod? Ich habe den Eindruck, dass sich das Geräusch immer so ein bisschen weiter weg bewegt. Oh, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich will ihn haben, aber ich will auch nicht zu lange hier in diesem Feld bleiben. Und euch ewig lange langweilen. Also... Ich habe ja den Eindruck, dieses Ding über dem Kopf diente eher dazu, dass ich gefunden werde. Nicht, dass ich Tots finde. Also der ist wirklich schwierig. Und die epischen Minuten später suchte sie und suchte sie und suchte sie. Scheiße, stell dir mal vor, du verlierst in diesem Feld irgendwas. Das möchte ich ja nicht suchen müssen. So ein Schlüssel zum Beispiel. So ein Haustürschlüssel. Geile Sache. Richtig gut. Finde ich nicht. So, den finde ich jetzt wirklich nicht. Hatten wir hier noch irgendwo einen? Kleiner Wasser, Pergament und Schrein. Alle Spenden... Ey, dieses Spiel bittet mich immer nur um Geld. Alle Spenden willkommen gerne vorher einweichen. Einweichen? Was für ein klitzekleines Häuschen. Wie niedlich. Soll ich da jetzt Geld reinwerfen? Äh, nee. Komm ich hier hin? Nein, da falle ich runter. Also es ist wirklich nur so ein kleines Stück. Wie bin ich denn hier reingekommen? Ah, so. Oh. Verrückt. Wir haben es durchs hohe Gras geschafft. Ich hab das Gras die ganze Zeit durch deine Tasche durchgespürt. Das hat so gekitzelt. Ich musste ständig lachen. Ist die Bombe auch dabei? Oh, seht mal, wie nah wir schon am Tempel des Wasserpergamentern sind. Wir werden im Handumdrehen da sein. Nur noch ein kleines Stück. Kein Problem, oder? Bobby? Möchtest du mir die Bombe jetzt suchen? Und... Weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorausgelaufen. Ach, irgendwie ist er süß, dass er uns beweisen will, wie viel schneller er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann, die er sicher irgendwo hat. Aber es ist jetzt, ich muss ihn suchen. Ach, really? Ach. Okay, wir werden das mal speichern. Müssen wir auch jetzt noch die Bombe suchen? Aber wo haben wir ihn verloren? Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ich hab keine Ahnung. Ach, ist das dumm. Entschuldigung, ich habe meine Bombe verloren. Was? Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Weeksmana Talkiparty. Das klingt wirklich spaßig. Ähm, Moment. Gute Frage. Nein, 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 nein. Wir müssen doch zum Wasserpergamentern. Komm schon, Bobby. Verabschiede dich von deinem ähm... neuen Freund. Na gut, Tantchen, dann lass uns gehen. Ah. Ich habe die ganze Zeit so die mexikanische Musik über Ohren, ne? Ah. Leute, 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 ne? Hahaha. Oh Gott. Aber wir können unsere Runde entspannen und uns chillen und alle Dinge machen, zu dritt. Ach, es geht doch nichts über eine kräftige Brise Bergluft. Eine kräftige Brise Bergluft? Hm, obwohl sogar die Luft hier rot ist. So wie das Laub. Andererseits sieht sie ganz klar aus. Aber man weiß ja nie. Ach, wenn ich an all die ganzen Geheimnisse denke, die auf der Welt auf uns warten. Man explodiert ja fast vor Neugier. Lieber nicht. Lieber nicht explodieren. Eine super duper Dosenparty. Ich kann es kaum erwarten, dass meine Kumpels auch auftauchen. Schaiowai! Schaiowai. Ich bin dafür, dass wir nochmal speichern. Ehe wir wieder irgendjemanden verlieren. Oder sonst irgendwas passiert. Herbstbrücke. Achtung. Hinunterfallen. verboten. Das ist auch meine Entscheidung, ob ich jetzt runterfalle oder nicht. Oh, oh! Oh, ein neuer Freund. Nein, kein neuer Freund. Er sieht gar nicht aus wie diese faltigen Kerle. Das muss bedeuten, dass er ein Freund ist, oder? Nein! Hallo, Stampfi. Ich bin Bob Amp. Wer heißt du denn? Der sagt ja gar nichts. Ah! Bobi, nein! Ich hätte ihn vor dem Pappmaschus wahren sollen. Hallo, Entschuldigung. Was war jetzt dein Problem? Ich glaube, es hackt. Du hast meinen Freund da runtergeworfen, du Arschloch. dafür wirst du sterben und in den Pappmaschee-Himmel fliegen. Bereite dich auf deine letzten Sekunden auf dieser Erde vor. Denn jetzt hörst du in Luft aufgehen. Aber wo kriegen wir die Bombe jetzt her? Müssen wir auch runterspringen? Warte mal. Also, ich werde erst mal das hier reparieren. Vielleicht chillt er ja irgendwo. Ah, ich glaube, wir können hier nach unten laufen. So, gut, 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 gut. Was gibt's hier? Tempel des Wasserpergamentern Kastaniental. Ah, ich liebe Kastanien sammeln. Ah, zu! Zu! Gibt's einen anderen Weg? Die Frage ist, können wir auch runterspringen? Ich würde es sehr gerne mal probieren. Oh, Speichervorgang. Wir suchen Bobby. Ganz schön mutig, Mario. Von einer Brücke zu springen, um den Arm Bobby zu retten. Wenn wir den Fall überlebt haben, dann er ganz sicher auch. Wir gehen einfach diesen Weg hinauf, dann müssen wir ihn früher oder später finden. Oder? Naja, sag das nicht. Er ist eine Bombe, du weißt nicht. Du weißt nicht, wie empfindlich der ist, wenn der jetzt irgendwo rauffällt. Und hier ist wieder gar keine Musik. Und auch kein Konfetti mehr. Also, ich denke mal, wir müssen hier hoch. Dann werden wir hier unten nämlich noch ein bisschen gucken. Ach, guck mal, hier ist ein Beutel. Der kommt ja wie gerufen. Und noch eine Truhe. Und es gibt robuste Kisten, Mensch, die Figur ist ja das beste Sammelset, was ich je gesehen habe. So schön, welche Laubhaufen und Kisten. Geil. Das stelle ich mir unbedingt in die Vitrine. Ich hoffe nur, dass wir sämtliche Tops irgendwie finden, die es noch gibt. Aber gucken wir mal. Was ist los? Hey, was ist das denn? Da kommt etwas Rundes in unsere Richtung gerollt. Oh, das ist bestimmt Bobby. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir ihn so schnell finden. Bobby! Nicht Bobby! Nein, nicht Bobby. Gar nicht Bobby. Äh? Die nächste Aufgabe, wir müssen an diesen Stacheldingern vorbei. Kann ich die kaputt machen? Lauf, 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 lauf. Können wir springen? Können wir hier? Warte mal, wir müssen da vermutlich in den Vorsprung rein. Sehr gut. Tja, wenn wir wüssten, in welchen Wellen die kommen. Warte, 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 warte. Gut. Gut, 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 gut. Meinst du, hier klatschen die auch rauf? Die Stelle ist halt so ein bisschen fies, ne? Ah, warte, warte, warte. Ah, scheiße. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Hier, aber gerade so, ne? Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Scheiße. Ich sehe ihn, ach, nö. Geil, ist aber wieder eine Stelle, die ich lieben werde, nicht? Können wir dem ausweichen, irgendwie? Oder wir lassen uns absichtlich treffen, geht das? Ah, scheiße, dann fallen wir runter. So was liebe ich, ja. Wobei, weiter oben die eine Stelle so aussah, ähm, als könnte man vielleicht die Wand so ein bisschen einhauen. Hier, diese hier. Yes, richtig gut. Und da ist er und schreit. Ich glaube, es kommen immer zwei hintereinander, oder? Oder nicht? Oder nimmt die Dynamik ab? Ich weiß es nicht. Bist du dafür verantwortlich? Dann hör auf damit. Ach, das waren Kastanien. Ah, jetzt habe ich das gerafft. Aha, so, so. So, 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 so. Macht das nicht. Wir sind das Kastaniental-Trio und damit sozusagen eine harte Nuss. Schäbt euch, schäbt euch, mir auf den Kopf zu fallen. Ach, Kastanien. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn im Kastaniental, dass hier vielleicht die ein oder andere Kastanie auf den Kopf fällt, ne? Klug, wie sie manchmal ist. Nicht. Aber da müssen wir Bobby ja jetzt gleich finden. Sehr gut. Das macht Sinn.